Das Wirtschaftssystem ist Teil der Gesellschaft und eine durch und durch soziale Einrichtung. Wirtschaft ist sehen, pflanzen, bauen, Waren herstellen, pflegen, helfen. Dienstleisten umfasst somit die volle Anerkennung der sozialen Ziele des Wirtschaftens. Arbeit ist der größte Dienst am Gemeinwesen. Mary Parker Follett Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für alle.